Und den groben Schrot bitte noch da rein. Sehr gut, sehr gut. Die Traten, aber das ist nicht das, was man hier unbedingt brauchen. Warum ist denn die Wand kaputt? Muss ich das verstehen, warum hier die Außenwand schon wieder kaputt ist? Das war alles schon mal repariert. Hm. Nein, ich wollte. So, gut. Der Block. So, gut. Mach doch. Ich flitze noch mal ganz schnell nach dem zweiten Kaffee, bevor der kalt wird. So, was ist denn alles? Das ist gut. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So, weiter geht's im Text. Hm? Ja, gut auf einmal hier. Ah, okay. Bram Eising. Das war schon alles aus Stahl hier? Okay. Reparieren. Schossen. Nein, das wollte ich nicht. Ach. Egal, hab ich mir sowieso gemacht. Könntest du mal kurz gucken? Wegen Büchern. Ich hab der Hunter's Journal 7. Nein, hab ich schon. Das ist schon okay. Ich hab schon, ob er noch was hat. Messing. Oh, haben wir halt. Messing. Das ist alles von mir jetzt. Äh, Fireman Alba nach 1 hätte ich hier. Oh ja, dann krieg ich den Bonus. Sprint longer and never encumbered in Bomb Forest. Sehr gut. Äh, dann hätte ich hier, äh... Also das war das letzte Buch auf der Reihe, gell? Genau, genau. Und dann hätte ich noch Waste and Treasure 6. Was? Ach, schade, das hab ich schon. Ich fürchte, das war's jetzt erst mal. Jo. Ah, nehmen wir mal. Äh, ich hätte hier noch, äh, Better Up Vol. 7. Nee, hab ich auch schon. Und Ranger Guide Archery 2. Ah, hab ich leider auch schon. Soll ich die Batterien hier auch kaufen? Hab ich grad, grad mal so durchguck, so viel Bücher sind's gar nicht mehr. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 Bücherräume. Äh, äh, äh. Äh, äh. So. Ah, thank you, kind sir. Hat irgendwas angebrannt. Äh, äh. Ähm, da steht hier nicht mit den Händen irgendwo. keine ahnung vor weihnachten noch abfackeln das hat gerade noch gefehlt das wäre jetzt doch der gipfel soo wo müssen wir hin in die richtung wie jetzt schon wieder kein beton berg? ja achte mal wir brauchen wir wow was machen wir denn? gibt Gas gibt Gas gibt Gas das ist bei sowas der abenteuerliche start Ach, siehste, das werde ich mir mal gleich aufschreiben, Leitern herstellen, Leitern. Man, falls die im Blutwohnt, uns die wieder wegkrotzen, hingehen, zack, dran machen, fertig. Achso, ja, ja, genau. Dann ihre Arsch rumdüdeln muss, so. Ja, ja, ja. Oh, jetzt könnten wir wirklich langsam mal wieder Zement und Beton machen. Richtig? Ja, wird's langsam. Oh, langsam wird's weniger. Ups. Hier, Eisen. Okay. Was macht denn die denn? Hier machen wir... Ach, hier laufen die Blöcke. Okay. Hm. 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 Ach, ich weiß noch. Hm, ihr habt noch. Steine haben wir doch im Überschluss. Ja, müssen wir haben. Okay. Open. Open, 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 open. Läuft Moni, hier läuft grad nicht. Oh, shit. Uh... What can I get you today? Oh, hell. Sehr schön. Ich ziehe das Eisen mal aus und mach hier mal Stein rollen. Oh, nervt nicht. Scheiße, scheiße. Lockpicks brechen wir hier. Lauf den Band ab. Jetzt bin ich drin. Was haben wir da? Was haben wir da? Ja, ich bin da gleich von drauf. Muni? Ja, gut. Mops. Ist das ein 8-fach Scope? Ja. So, ich füge jetzt mal die Pistole. Das hier mit rein. Das hier mit rein. Das hier mit rein. Und das zurück. Okay. So. Was hier für Steine angeditscht sind, da sind die doch im Leben nie hingekommen. Ein Blödsinn. Mh. Irgend so eine Art Querschläger von den Kopf oder so. Ja, aber zwischen deinen Rabatten da oben. Geht er gar nicht. Ach so. Okay. Da hätte es ja erstmal die, 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 die Pots umschießen müssen. Mh. Statt den Boden, ne? Putz nehmen. Naja. Den Turm hatte ich. Naja. Machina. 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 اتht. Cora. Machina. Machina. Okay. Machina. Das ist ja noch ein Rebolion. Oh, ein extra Tom. Das Eisen, ok. Ist das ein Tier? Gutes. ich hätte ein paar bücher für dich und zwar nieder und tweet 1 dann habe ich pfp 6 da habe ich leider auch schon lucky luther 7 habe ich leider auch schon 3 wäre geil ich dachte das war's mehr mehr als nicht mehr ok na gut und daraus hier lüftigen unflüssig heute ok ja generell so eine generelle Unflüssigkeit Unflüssigkeit das eisen schon wieder leer ich werde gekloppt was denn hasi händler wir sind hier sehr nah beieinander händlerdorf wo sind da der dingsbums ner komm nenn nenn du bist fi du bist wie dinge dinge müssen wir noch auf eisen schütteln okay wenn jetzt noch ein stahl so ein witz schiebt die schiebt ich guck mal erst mal nach punkten was kann man denn tun sechs punkte verteilt mann nicht schlecht jetzt hatte ich in der chemie station chemie bank schmetik in der werkbank hatte ich den werk bank schmetik und im zementmischer hatte ich netz chemie beim händler drin das hier noch dann war ich mal jetzt cardio nicht triathlet in christina rekt bei 30 prozent sprinting ist es auf dem kopf angewiesen ist jetzt jetzt rennst du bist du kenne genau ich wollte zum vordereingang raus aber ich hätte wieder bücher und hat die lute 6 hand das schon mal zwei nein leider nicht mit dem infos hat drei die auch nicht über den kombat 6 andere seite oder er sei da auch nicht überwäschten tröscher 2 leider auch nicht aber genau das andere Oh, we're damn gawking at goods, and that's all you buy Framing the framing Raymond Und auf der anderen Seite nochmal So, das waren die Betentürme, die gehen wir hier ausrum Ach, das, ach, das schaubelt sich nicht mehr Kann ich gleich nach Hause fliegen Oh, ich bin schon wieder halb neun Mach, draußen so'n Krach hier Unverschämtheit Mach jetzt die Tome, jetzt ist es scheißegal, ob man die jetzt an der Seite abwinkeln Ich baller die jetzt voll Ja, ist egal So, kommt jetzt auch nie an Der wird dicht Ups Ach, der fällt durch, so'n Ding So, weiter Das ist schon wieder Das ist ein Begängnis hier Leute Ich hör dich doch tippeln Komm mal her, Dicker Ich hör dich doch nicht Ich hör dich doch nicht Jetzt baue ich hier so'ne Konstruktion Hab dann kein Stahl mehr, Ernsthaft Sehr gut Haben wir immer noch nicht genug schmelzen und so, ne? Ach, das ist Nach und nach Oh, die Fenster sind ja auch im Arsch Seh ich grad Sind ja Fenster im Arsch Ja, warum, ne? Also Fallen Fenster reparieren Beton herstellen Und fallen Und fallen oder barieren Ups Oh, hier ist schon wieder ne Was kaputt Wo war'n das jetzt? Hier Oh, jetzt sind wir zement Erstens Entschuldigung Hier Oh, hier 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 Ich bin Hier 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 was hier noch mal durch knütteln und dann machen wir das hier, nochmal flinchen wo die da ist nicht da ist nicht da kommt nicht mehr an den es nicht füllt da alle Shotguns nochmal auf mhm da ist das full und repariert lock was ist hier drunter ich möchte gern mit ihnen interakten hallo was ist das für Zeug hier komm komm lock lock öff war denn jetzt schon wieder kaputt ach hier waren wir schon ok alle Shotguns bis zum Bersten voll sehr schön das klingt gut und noch Flintenmuni über ok ich bestelle noch länger da draußen noch da oben ok 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 ok